Hey, na? Was geht? Ich bin Jascha Rust, spiele die wunderbare Rolle Sachrias-Benedig-Klingteil bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und ich büffe hier schön meinen Text, den ich gleich spielen darf. Aber wenn ihr schon mal da seid, hier ist nämlich was in der Deko, was hier gar nicht hingehört eigentlich. Und zwar dieses wunderbare Gemälde, was Raul, Isa und ich zum letzten Promi-Dinner gemalt haben. Und wenn ihr das gewinnen wollt, müsst ihr ganz einfach beim Du hast die Macht Gewinnspiel mitmachen. Und da gewinnt ihr auch noch gleich ein Meet & Greet mit mir. Und gewinnen könnt ihr, indem ihr einfach postet oder schreibt, was ihr machen würdet, wenn ihr die Macht hättet. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.